hallo zusammen und willkommen zum sturmangriff turnier ohne gelb das wird eine trievel party aber sie geht nicht mit trievel los von daher das ist schon mal positiv da hört es aber dann wahrscheinlich schon auf stimmt ich habe auf jahren gehe keine empläne mehr wenn wir ihn auf jeden fall mitnehmen und ihn auf jeden fall mitnehmen und dann drei rote brauchen drei rote die auch was umbringen der theorie was macht er ja er macht ein bisschen schaden ja was sollst du darfst mit oder warte mal du machst mehr so viel rot haben wir hier nicht auf dem feld dass sich das lohnt so let's fetz würde ich sagen boom boom und boom so der trifft alle ja und dann machen wir erstmal ihn gucken wie es aussieht gut sieht aus hey hey du bist weg so und schon ist vorbei die übeltäterei was machen wir gegen zack zack vermute ich so so wo liegt mein hauptproblem hab kein serstot ähm jo so zack zack easy money dank kaskade dank kaskade fatz und zwei three evils daneben hm dann werden wir aber kein blau spielen wach wach und wach und wobei der wahrscheinlich nicht wirklich effizient ist der ist gleich gar nicht effizient gegen fatz das krieger gibt es heck ab nimm es trotzdem so mit das hilft natürlich ungemein das hilft noch mehr so Zack. So. So. Bin ich gerade blöd? Ah, Bauchan hat es gegeben, den Manarek Bonus. Verstehe. Ich bin schon gewundert, warum die alle vollgeladen sind. Sehr schön. Aquila. Ich denke, ich fahre mit derselben Aufstellung. Ah. 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 Und jetzt fangen wir mal an, an Rot zu denken. Ach, die mit ihrem Ausweichen, das geht mir so auf den Sack. Wie lange hält denn der Mist eigentlich? Drei Runden. Oh, jetzt steht der Typ dort in der Ecke zweimal. Ah. Das kann ich einfach machen. Eine Runde noch, oder? Ah. jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein problem die ist die pest jetzt habe ich ein problem noch drei runden im monate scheiße ach du scheiße oh mein gott katastrophe ja jetzt muss ich einfach nur auf den knopf drücken das wird ja ein spaßiges turnier wenn ich nicht wenn ich nicht mal an der akela vorbeikomme das ist nett das kann man sogar so spielen zack 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 wird nochmal geheilt hier oder so sieht das aus oder so zack sieht doch gut aus mevius naja erster tag 4.1 devs sieht okay aus ich bedanke mich fürs zuschauen 2820 mir fehlen 370 380 da wäre ich auch bei 2820 ungefähr 2810 2820 okay ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis dann tschüss tschüss jup